Heute bauen wir mit CSS Flexbox und Grid die wohl drei wichtigsten Grundlayouts für eure Website-Projekte. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es für die Anfänger unter euch darum, diese Grundlayouts für verschiedene Website-Projekte mal kennenzulernen und selbst nachzubauen. Wir werden also mit CSS Grid und CSS Flexbox, die werden wir so ein bisschen zusammensetzen, ein Grundlayout für verschiedene Web-Projekte bauen. Also insgesamt drei Stück und die sind eigentlich ziemlich grundlegend für Online-Shops, für Blogs, für Portale oder komplexere Anwendungen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, lässt sich auch später auf jedes x-beliebige Framework adaptieren, weil wir wirklich mit CSS arbeiten bzw. in diesen Videos mit einem sogenannten CSS-Pre-Processor namens SCSS oder SAS. Prinzipiell ist das Ganze nicht wirklich schwer. Wenn ihr dennoch Fragen oder Probleme habt, schreibt unten in die Videokommentare oder öffnet dort den Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten legen wir jetzt mal los und lernen CSS und dort Grid und Flex wirklich kennen. Auf geht's! So los geht's mit unserem Standard-Tutorial-Setup und zwar sehen wir hier Visual Studio Code und Chrome. Ansonsten hier seht ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ist in der Videobeschreibung verlinkt, da wird das alles erklärt. Wir nutzen wie gesagt SCSS und die Index-HTML, beide sind noch komplett leer. Da ist nur das Standard-Boilerplate meiner Tutorials drin, deswegen können wir das Ganze hier auch schließen und wir werden jetzt hier mit uns das erste Tutorial angucken. Also, auf geht's! So beginnen wir mal mit dem leichtesten Layout. Wir haben hier einen Header, dieser ist fix, das handelt sich einfach um ein Standard-Single-Page-Layout. Wenn ich hier runterscrolle, haben wir verschiedene Sections, die jeweils mindestens 100% der Browserhöhe quasi als Größe haben und ganz unten haben wir einen Footer. Mehr ist das Ganze gar nicht, es ist ziemlich simpel und das ist das erste Layout, was wir uns jetzt mit CSS angucken werden. So, und los geht's mit dem ersten Part unseres ersten Layouts und zwar gucken wir uns jetzt hier mal an, wie wir das ganze HTML-Konstrukt hierfür bauen. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein Standard-Single-Page-Layout, was heißt, wir haben jetzt erstes mal einen Main-Bereich. In diesem haben wir einen Standard-Header, schreiben wir mal Header rein, dass wir auch was sehen können. Außerdem kopieren wir uns das und sagen, wir haben ja auch noch einen Footer, müssen wir natürlich auch ändern und hier schreiben wir auch Footer rein. Das sind unsere ersten beiden Komponenten, die wir haben. Das nächste, was wir hier machen, ist, wir haben eine Section, zack, und hier drin haben wir ein Artikel. Ein Artikel besteht immer aus Content, da kommt dann später das rein, was ihr quasi für euch für richtig haltet, da kann alles Mögliche drinstehen. Für uns ist das die Section 1. Das Ganze brauchen wir jetzt natürlich mehrfach, in diesem Fall insgesamt viermal und schreiben hier Section 2, Section 3 und Section 4 rein. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir sehen hier schon unsere vier Sections. Natürlich hilft uns das jetzt nicht wirklich weiter, sondern wir wollen jetzt ja auch dafür sorgen, dass wir das Ganze korrekt darstellen können. Prinzipiell gehen wir hierfür in die Style-CSS und legen erstmal eine Variable fest. Und zwar sagen wir Header Height. Header Height ist in unserem Fall 10rem und damit können wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir gestalten unseren Main-Bereich, also unseren Haupt-Wrapper, in dem ja alles drin liegt, und sagen hier erstmal Weite 100%. Also wir wollen, dass dieser Height, also dieser Bereich, die gesamte Weite der Seite einnimmt. Außerdem, um zu sehen, was wir hier eigentlich machen, gebe ich der ganzen Geschichte mal eine Hintergrundfarbe. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, seht ihr, das Ganze hat auch schon 100% Weite, aber noch nicht 100% Höhe. Und hierfür können wir jetzt sagen, Min-Height 100 VH. VH steht für View-Height und Min-Höhe heißt, dieses Objekt hat mindestens 100%, also 100 VH Höhe, kann aber auch größer werden, wenn der Inhalt größer wird. Das ist vor allem im Responsive-Umfeld wichtig, deswegen sollte man immer Min-Height benutzen. Das nächste, was wir machen, ist, wir gestalten einfach mal die Font-Size auf zwei Rem, dass man das Ganze besser sieht. Und wir sehen jetzt auch schon, dadurch, dass wir Min-Height 100 VH gesetzt haben, ist der gesamte Bereich jetzt rot geworden. Und wir können jetzt weitergehen, indem wir sagen, okay, wir machen hier auch mal weiter mit Display und sagen hier Flex. Wir wollen jetzt die Ausrichtung von Flex gestalten, dafür sagen wir Flex Direction Column. Das bedeutet, dass alle Child-Elemente von Main quasi untereinander rutschen. Außerdem wollen wir mit Align Items sagen wir Center, damit rutscht jedes Child-Element in die Mitte. Und das nächste, was wir sagen, das macht er automatisch, aber ich würde es immer definieren, ist Flex Start. Das bedeutet, dass alle Child-Elemente oben am Browserrand starten, aber wie wir sehen, tun die das auch schon automatisch, wie gesagt. Wir haben aber einen Header. Dieser Header liegt oben und der scrollt mit. Wir müssen jetzt aber dafür sorgen, dass Section 1 natürlich diesen Offset vom Header berücksichtigt. Deswegen sagen wir, wir haben hier ein Padding. In unserem Fall von der Header-Höhe nach oben, in alle anderen Richtungen haben wir kein Padding. In dem Moment sehen wir, wir haben jetzt oben einen Abstand geschaffen, der genau so groß ist, wie später unser Header. Aber den müssen wir jetzt hier auch erstmal definieren. Deswegen sage ich hier Header und sage, okay, Weite ist 100% und Höhe ist natürlich auch wieder unsere Header-Height. Und hier sage ich jetzt Position und Fixed. Damit definiere ich, dass der Header dem Browser-Fenster folgt und wir können den jetzt absolut positionieren. In unserem Fall Top 0, Left 0 und Right 0. Wir sorgen also dafür, dass unser Header jetzt quasi sich an den drei Punkten oben, links, rechts ausrichtet und damit definiert wird. Um das Ganze auch mal besser sehen zu können, definiere ich den jetzt einfach als Blue. Und wir sehen, unser Header hat jetzt 100% der Höhe. Allerdings, wenn ich jetzt scrolle, passiert noch nichts, weil wir natürlich noch keine Größe haben. Damit er sich später auch über alles drüber legt, definieren wir jetzt noch einen Set-Index für die Ebene 3. Und wir wollen mit Display Flex und hier drin mit Flex Direction Column und hier drin mit Justify Content Center und Align Items Center den Inhalt zentrieren. Jetzt steht unser Header auch komplett in der Mitte. Wenn ihr zum Beispiel hier ein Logo und eine Navigation haben möchtet, dann müsstet ihr hier im besten Fall Flex Direction Row nehmen und dann Justify Content Space Between. Dann würden die beiden Elemente, die sich innerhalb des Headers befinden, links und rechts ausgerichtet werden. Der nächste Punkt ist unser Section-Bereich. Hierfür definieren wir uns jetzt innerhalb unseres Mains einen Section Selector. So, und sagen jetzt hier, okay, Weite haben wir hier auch 100%. Außerdem wollen wir hier jetzt sagen, wir haben da drin Display Flex und haben hier Flex Direction Column und theoretisch einfach genau das wir hier, dass unsere Inhalte genau ausgerichtet sind. Warum habe ich jetzt der Section keine Höhe gegeben? Die Section kümmert sich nur um die Ausrichtung innerhalb des Mains und die Größe wird ja durch das jeweilige Child-Element, in unserem Fall durch ein Artikel definiert. Hier können wir jetzt sagen, Weite 90%, aber eine Max-Weite von 100 Rem. Okay, in dem Moment sehen wir, das ist jetzt größer geworden und wir können jetzt auch dafür sorgen, wenn wir hier die Background-Color benutzen, ich kopiere mir das hier oben einfach mal raus und sage hier Green, in dem Moment sehen wir, okay, das Ganze ist größer geworden. Auch das können wir jetzt alles zentrieren. Zack, speichern das Ganze ab und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist auch hier eine Min-Höhe zu definieren. Min-Höhe, ich sage hier jetzt einfach mal 100 VH, ihr könnt das natürlich auch kleiner machen, wenn ihr beispielsweise wollt, dass diese Elemente quasi größer oder kleiner werden. Wenn man zum Beispiel sagt 50 VH, dann sieht man, dass die einfach kleiner sind, aber das Schöne ist, darüber habt ihr die Flexibilität und ihr könnt das natürlich auch ganz ohne eine Höhe berechnen, sodass das nur durch den Content definiert wird. Das ist ganz allein euch überlassen. Das Ganze funktioniert hier auch wunderbar responsive, also das Ganze müssen wir nicht mal mit Media-Queries versehen. Wenn ich das Ganze jetzt nämlich mal größer gezogen habe, sehen wir, dass der Content limitiert ist, der kann nur maximal 1000 Pixel groß werden in dem Moment und wenn ich den kleiner ziehe, wird der einfach an sich kleiner und darüber haben wir unser Layout auch komplett responsive gestaltet und müssen hier nicht mal groß etwas anpassen. Allerdings sehen wir hier unten, unser Footer sieht noch nicht sonderlich gut aus, darum müssen wir uns jetzt auch noch kümmern. So, der letzte Bereich, den wir hier haben, ist unser Footer und dieser bekommt ebenfalls von uns eine Min-Höhe, aber hier sage ich einfach mal 25 Rem, außerdem natürlich auch eine Weite von 100% und wir wollen auch hier eine Background-Color vergeben. Ich sage hier jetzt mal Orange. In dem Moment, wenn ich hier runterscrolle, sehen wir, dass das Ganze formatiert ist und wir können natürlich auch hier unseren Inhalt mit Flex komplett zentrieren in die Mitte. Und darüber haben wir unseren Footer jetzt gestaltet und haben unser Layout soweit fertig und ihr könntet damit jetzt ein Standard Single-Page-Layout ohne weiteres umsetzen und natürlich dann das Layout weiter verfeinern für die einzelnen Sections, für den Header und für den Footer. Aber das grundsätzliche Seiten-Layout würde so stehen und würde auch im Responsive-Umfeld wunderbar funktionieren. So, und los geht's mit unserem zweiten Layout. Ihr seht hier schon so einen typischen WordPress-Block mit so einer Sidebar mit drei verschiedenen Sektionen, das können natürlich auch viel mehr sein. Dann einem Content, der theoretisch unendlich groß werden kann, einer Autor-Sektion und einer Kommentarspalte. Natürlich, wenn wir jetzt runterscrollen, sehen wir noch wieder unseren Footer und natürlich einen fixierten Header, der immer uns begleitet. Wenn ich jetzt F12 drücke und damit den Entwickler-Tools aufrufe und ich das Ganze kleiner ziehe, sehen wir auch, dieses Layout passt sich dynamisch an euren Browser an. Die drei Sektionen sind jetzt nach unten gerutscht, nehmen 100% der Weite an und wenn ich das Ganze kleiner ziehe, bleibt das auch so. Das heißt, wir haben ein Responsive-Block-Layout gebaut. Wie das Ganze jetzt funktioniert, gucken wir uns jetzt mal in dem Tutorial an. So, dann legen wir mal los mit dem HTML-Bereich. Hier haben wir als erstes wieder ein Main-Element. Wir haben natürlich auch wieder ein Header mit einem Inhalt, in unserem Fall auch wieder Header. Dann haben wir ein Footer, auch wieder mit einem Inhalt Footer. Das Ganze funktioniert schon mal wunderbar und hier drin haben wir eine Section. Diese Section hat jedoch eine Klasse und zwar nennen wir diese Klasse Content. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab, mehr ist hier noch nicht. Allerdings haben wir hier drin auch ein Site und dieser Site bekommt von uns keine Klasse, aber hier drin gibt es wieder einzelne Sektionen, in unserem Fall halt einmal About. Das kopieren wir uns jetzt zweimal. Das kann bei euch natürlich auch viel, viel mehr sein. Zum Beispiel haben wir hier ein Popular Post, dann haben wir auch noch irgendwas mit Follow Me. Was auch immer ihr für Sektionen in diese Sitebar reinstecken wollt, ihr müsst dafür nur einzelne Sektionen anlegen und dann können das unendlich viele werden. Außerdem haben wir innerhalb unseres Contents eine weitere Sektion, die wiederum auch eine CSS-Klasse von uns braucht. Und zwar Artikel-Wrapper. Hier drin befindet sich nämlich alles, was zu unserem eigentlichen Artikel gehört. Deswegen schreiben wir hier auch als erstes mal einfach Artikel. Dieser bekommt von uns auch eine Klasse, nennen wir einfach Artikel, damit wir das eventuell später besser unterteilen können. Falls wir zum Beispiel innerhalb unseres Artikel-Wrappers noch mehr Artikel haben, um zum Beispiel auf andere Artikel oder andere Beiträge zu verlinken, die sollten auch wieder in einem Artikel-Text sein, können wir hier andere Klassen vergeben. Hier drin haben wir außerdem eine Section, nämlich eine inhaltliche Trennung für eine Klasse, nämlich Autor. Das muss man natürlich auch richtig schreiben. Da schreiben wir jetzt Autor rein und das Ganze kommt natürlich nicht in unseren Artikel, sondern in unseren Artikel kommt Content. Speichern wir jetzt so ab. Damit haben wir unseren Content und unseren Autor-Bereich. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und hier schreiben wir jetzt, okay, hier drin sind natürlich noch unsere Kommentare und das bekommt auch eine CSS-Klasse, nämlich Comment. Das Ganze speichern wir jetzt so ab. Mehr müssen wir hier nämlich gar nicht machen. Das ist das ganze HTML, was wir brauchen, um unseren Blog zu gestalten. Aber wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass das Ganze auch nach irgendwas aussieht. Und deswegen switchen wir mal in unsere Style.scss und gucken uns jetzt mal CSS ein bisschen genauer an. So, wie auch gerade brauchen wir als erstes ein paar Variablen. Und zwar haben wir als erstes wieder eine Header-Height, also die Höhe unseres Headers. Das sind auch wieder 10 RAM, wie auch gerade eben. Dann haben wir aber auch eine Sidebar-Wid. Sidebar-Wid. Und das in unserem Fall 35 RAM, also umgerechnet 350 Pixel, die unsere Sidebar groß sein sollen. Außerdem haben wir einen Margin, das ist in unserem Fall 2 RAM, also 20 Pixel. Das ist einfach der Abstand zwischen einzelnen Elementen auf der Seite. Das kann man auch immer gut in SCSS in eine Variable packen, sodass man das immer wieder verwenden kann, um ein gleichmäßiges Layout zu generieren. Außerdem haben wir drei Größen, nämlich Screen, Minus, Mid. Das ist unsere erste Größe mit 168 Pixeln. Und das brauchen wir jetzt noch zweimal. Nämlich einmal mit Screen Normal und Screen Large mit einmal 1200 Pixel und 992 Pixel für Normal. Das könnt ihr natürlich anpassen, wenn ihr hier andere Screen-Auflösungen unterstützen wollt. Aber damit fahrt ihr in der Regel gar nicht schlecht. Wir wollen jetzt in Zukunft, wenn wir irgendwas mit Media-Queries machen, um responsive darzustellen, wollen wir das Ganze in sogenannte Mixins rappen. Mixins ist ein Konzept aus CSS, beziehungsweise aus SAS, um genau zu sein, und beschreibt mehr oder weniger, dass man etwas in eine Klasse rappen kann. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Und zwar sagen wir Add und dann hier Mixen. Und in dem Moment brauchen wir einen Namen, damit wir das später aufrufen können. Und wir nennen unser erstes Mixen einfach Small. Hier drin haben wir jetzt einfach ein Media-Screen. Und dieser Screen bekommt natürlich von hier noch etwas mitgegeben. Und zwar sagen wir statt Screen einfach Max-Wiz und rufen jetzt hier mit Dollar und dann geschweiften Klammern einfach unsere Min-Wiz auf. Äh, unser Screen minus Min auf. Und darüber haben wir definiert, dass alles, was jetzt hier stehen soll, was wir jetzt mit Add-Content definieren, wird später quasi in unseren Media-Query gerappt. Und in dem Moment soll es die Max-Größe bekommen von 768, also quasi alles, was mehr oder weniger im Mobile-Bereich liegt. Das Ganze brauchen wir jetzt natürlich viermal. Und zwar haben wir einmal die ganze Geschichte für Mit. Da rufen wir auch mit auf. Allerdings sagen wir hier Min. Und Min sind auch die anderen zwei Auflösungen. Und hier sagen wir jetzt natürlich, okay, wir haben auch noch einmal Normal, rufen hier Normal auf. Und natürlich haben wir einmal Large und rufen hier auch die Größe für Large auf. So habt ihr quasi Media-Queries geschaffen, die ihr relativ einfach überall in eurem Code wiederverwenden könnt. Und das ist relativ praktisch und werden wir auch in einem nächsten Video noch brauchen. Deswegen ist das wichtig, einen Hintergrund zu behalten, weil hierauf kommen wir im nächsten Part auch nochmal zurück. So, in unserem eigentlichen Part, um das Tutorial zu gestalten, um unseren Blog zu gestalten, haben wir natürlich auch wieder einen Main-Bereich. Und hier haben wir natürlich ähnlich wie gerade eben einmal eine Weite, wie auch eine Hintergrundfarbe und eine Min-Height. Aus demselben Grund wie gerade, sodass wenn wir das jetzt hier abspeichern, dass der gesamte Bereich von unserer Seite eingenommen wird und nicht irgendwie was überdeckt oder einfach untergeht. Aber wir haben hier natürlich auch wieder wie gerade, damit unser Text ein bisschen größer ist, einmal die Font Size und die Color, also die Schriftfarbe. In dem Moment, wenn ich das speichere, wird unser Text größer. Und wir haben auch wieder, dass wir alles mit Flex positionieren wollen. Das heißt, wir sagen wieder Display Flex und Flex Direction Column, dass alles untereinander positioniert wird. Und hier würden wir gerne oben starten, aber wir würden unseren Inhalt anders als gerade am liebsten zentrieren. Das machen wir mit Align Items Center. Damit zentrieren wir unseren gesamten Inhalt nach oben. Und wie gerade eben auch, haben wir hier wieder ein Padding, also einen Innenabstand nach oben für unseren Header, wo wir auch wieder die Header-Height, natürlich sollten wir das Ganze auch richtig schreiben, benutzen, um quasi unseren Header darzustellen. Dann bin ich jetzt mal faul und kopiere mir quasi eins zu eins unseren Header hier rein. Der ist genauso wie im Part gerade eben, also da hat sich nichts dran verändert. Deswegen speichere ich das jetzt. Und in dem Moment sollten wir eigentlich kein Problem haben, bis auf das hier auch die Variable falsch heißt. Und jetzt sehen wir unseren Header. Wie gesagt, ist exakt derselbe Code wie im letzten Part. Deswegen gehe ich hier nicht näher drauf ein. Dasselbe gilt allerdings auch für unseren Footer. Deswegen mache ich hier dasselbe und bin faul und kopiere mir auch den gesamten Footer nochmal hier rein. Weil, wie gesagt, es ist derselbe Part wie gerade eben. Und hier hat sich am Code nichts verändert. Wo sich allerdings einiges verändert, ist natürlich unser Bereich jetzt hier. Dieser Bereich von Content, Autor, Kommentare, der sieht komplett anders aus. Hierfür gehe ich jetzt mal nach oben und sage, okay, wir haben eine Klasse, die nennt sich Content. Diese Klasse soll in dem Moment natürlich auch mit Display Flex, also der Flex Ausrichtungsvariante gestylt werden. Und wir sagen hier Justify Content und sagen hier Stretch. Außerdem sagen wir Align Items ebenfalls Stretch. Damit positionieren wir nämlich unseren Inhalt so, dass das größte Element immer quasi alle Child gleichmäßig größer zieht. Sodass unsere Sidebar, sofern wir zum Beispiel eine Border auf unsere Sidebar verwenden, dass die immer genauso groß ist wie der Content und umgedreht. Sodass das nicht unverhältnismäßig quasi aneinander vorbeigeht. Hier definieren wir auch eine Mindesthöhe, in unserem Fall auch wieder 100 View Height, damit das quasi einfach immer eine volle Seite ist. Und dass zum Beispiel unser Footer nicht immer zu sehen ist. Ihr könnt das natürlich komplett frei gestalten. Ihr könnt hier auch weniger machen, wenn ihr möchtet. Persönlich finde ich 100 View Height immer ganz angenehm, weil man so eine Kontrolle hat, wie etwas zu sehen ist, wenn man einen kurzen Blockbeitrag hat. Zum Beispiel, dass der auch gleich aussieht wie ein Blockbeitrag, der über 4000 Zeichen geht. Ansonsten haben wir hier natürlich auch noch eine Weite, deswegen sage ich WIS und sage hier 100%. Aber unser Inhalt soll eine Maximalweite bekommen und zwar 100, also MaxWIS, 100 RAM, also 1000 Pixel. Und damit ist das Ganze jetzt quasi limitiert auf einen gewissen Bereich. Hier ist natürlich der Bereich jetzt nicht 100 RAM groß, deswegen rutscht der ganz rüber. Wir gucken uns das aber gleich auch noch in der kompletten Auflösung an. Aber erstmal wollen wir dafür sorgen, dass in dieser Aufsicht, was ja definitiv eher Richtung Mobile geht, das Ganze sich korrekt verhält. Und zum Beispiel nicht wie jetzt gerade alles nebeneinander rutscht, sondern diese drei Sachen sollen unter unseren eigentlichen Content-Bereich rutschen. Und dafür sagen wir hier jetzt Add, Include. Und in dem Moment haben wir hier oben unsere Mixins definiert. Wir sind jetzt im Small-Bereich, deswegen kopiere ich mir hier mal den Namen, sage Include Small, Klammer auf, Klammer zu. Und was ich jetzt hier reinschreibe, zum Beispiel Flex Direction, und in unserem Fall möchte ich gerne das als Column gestalten, wird jetzt in unseren Media Query gerappt. Und damit quasi im mobilen Bereich rutscht das Ganze untereinander in eine Spalte. Und das können wir uns jetzt viermal kopieren. Und zwar haben wir hier einmal Mid. Mid soll auch noch untereinander rutschen, finde ich ganz schön. Dann haben wir aber auch ja Normal. Und Normal soll nicht mehr untereinander rutschen. Normal soll in eine Row. Und Large soll ebenfalls in eine Row. In dem Moment, wenn ich das jetzt speichere und wir das Ganze mal an einer Vollscreen-Auflösung nutzen, sollte sich unser Layout jetzt schon ein bisschen flexibel verändern. So, ich habe das Ganze jetzt mal einfach im Fullscreen-Mode geöffnet und habe die Entwicklertools offen, mit denen ich ja quasi die Größe verändern kann. Und sobald wir in unseren Mit-Bereich gehen, rutscht der Inhalt untereinander und wir haben quasi ein Responsive Layout, was ihr natürlich verändern könnt, aber es funktioniert so mobile. Und jetzt müssen wir uns natürlich angucken, dass sich auch unser Inhalt hier drin korrekt formatiert und auch im mobilen Umfeld sich korrekt verhält und natürlich auch wieder mit Media Queries. So, nachdem wir jetzt unseren Content gestylt haben, haben wir hier drin natürlich unseren Artikel-Wrapper. Artikel und dann Minus-Wrapper ist ja die Klasse, die wir vergeben haben und hier sagen wir jetzt erstmal Background-Color-Cyan, einfach, dass wir sehen, was wir eigentlich gestalten. Und zwar gestalten wir genau diese drei Sektionen hier und nicht mehr. Das nächste, was wir sagen, okay, Weiter ist kategorisch erstmal 100% und wir haben hier ein Padding. Hierfür haben wir uns ja ein Margin, also ein Abstand definiert. Padding ist quasi der Innenabstand und Margin ist der Außenabstand. Und in dem, das sollten wir natürlich auch richtig schreiben, nicht Martin, sondern Margin, in dem Moment haben wir jetzt einen Innenabstand von unserer Box zu unserem Content. Das ist einfach eine optische Einstellung, könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr da keinen Abstand haben wollt. Hier drin haben wir jetzt ja unseren eigentlichen Artikel. Wir gestalten den hier aber nicht über unseren Tag, sondern direkt über unsere Klasse. Muss man natürlich auch richtig schreiben. Und hier sagen wir jetzt, okay, wir haben eine Min-Height von zum Beispiel 50 View Height. Ihr könnt das Ganze natürlich auch kleiner oder größer machen, wie ihr das möchtet. Ihr seht jetzt schon, das Ganze hier ist größer geworden. Das nächste, was wir hier drin machen, wir sagen, okay, wir haben auch hier eine Background-Color, dass wir mal wissen, was wir eigentlich gestalten. Und ich sage hier, die Farbe ist einfach mal grün. In dem Moment sehen wir, wir haben jetzt hier so eine viereckige Box. Und wir haben natürlich das Ganze auch ein bisschen mehr. Und zwar haben wir hier zwei weitere Klassen vorhin gestaltet, nämlich einmal die Autorklasse und die Kommentarspalte, also die Comment-Klasse. Hier sagen wir, das Ganze hier unten ist auch 50 View Height, aber das hier oben ist eigentlich nur 10, weil der Autor ist ja meistens ein bisschen kleiner. Und wir haben hier einen Abstand von unserem Autor, wollen wir einen Abstand nach unten von zwei Rem und natürlich von unserer Kommentarspalte wollen wir ebenfalls ein Abo bei, da brauchen wir gar keinen Abstand, das lassen wir mal weg. Und in dem Moment haben wir das gestaltet, aber unser Artikel hier oben bekommt einen Abstand, sodass wir hier überall wunderbar einen Abstand zwischen haben. Und wir gucken uns das gleich auch noch in der Fullscreen-Auflösung an, aber aktuell passt das für uns so, weil wir müssen ja noch hier unsere Sidebar gestalten. Unsere Sidebar gestalten wir jetzt erstmal über den Tag und zwar sagen wir hier Aside. Und hier haben wir auch wieder eine Background-Color, ich sage auch wieder hier Green, dass wir überhaupt irgendwas sehen können, was wir hier gestalten. Das nächste ist mit Display Flex, wollen wir auch hier wieder etwas festlegen. Allerdings, wenn ich jetzt hier sage Justify Content und dann Flex Start, wir wollen also, dass es oben beginnt und wir wollen auch auf der anderen Achse sagen Align Items und auch hier Flex Start, dass das quasi immer zu sehen ist. Aber wir sehen, das rutscht jetzt nebeneinander und das müssen wir mit Flex Direction und hier Column definieren, dass das alles untereinander rutscht. Das sieht schon mal wunderbar aus und was wir jetzt gestalten müssen, ist unsere Sidebar soll ja eine fixe Weite bekommen, wenn wir im Normal- oder Large-Bereich sind. Und sobald wir quasi im Mobile-Bereich sind, also Tablet mit Mid und Small mit Mobile, wollen wir, dass das 100% einnimmt. Hierfür können wir uns jetzt ganz faul erstmal wieder diese drei Mixins kopieren und hier unten einfügen. Das Ganze funktioniert wunderbar, weil wir sind ja grundsätzlich nicht so fleißig als Entwickler und wollen uns Arbeit sparen. Das nächste, was wir machen ist, okay, wie gerade gesagt, wollen wir ja bei Mobile-Wiz definieren mit 100%. Da sind wir uns ziemlich sicher, das soll 100% Größe bekommen. Tablet wollen wir auch 100% Größe und Normal eigentlich nicht. Normal wollen wir eine fixe Breite haben und hierfür haben wir ja glücklicherweise schon eine Sidebar-Wiz definiert. Die können wir uns jetzt kopieren und die fügen wir auch hier unten nochmal ein. Okay, in dem Moment, wenn wir das speichern, haben wir jetzt das Ganze responsive angepasst und wir sollen uns das jetzt auch mal kurz im Fullscreen wieder angucken. So, und zwar sehen wir jetzt hier schon unsere grüne Sidebar mit unseren drei Sektionen und in dem Moment, wenn ich das Ganze kleiner ziehe, ab einem gewissen Bereich verschwindet die, aber die ist nicht wirklich weg, sondern die befindet sich jetzt hier drunter. Und wir sehen, dass diese drei Elemente auch komplett untereinander rutschen. Das funktioniert also wunderbar. Wir sollten uns jetzt aber darum kümmern, dass diese drei Elemente hier unten auch noch richtig aussehen. Und dafür müssen wir jetzt wieder in die Under-Ansicht gehen und noch ein bisschen damit rumspielen. So, das nächste, was wir natürlich machen müssen, ist jetzt unsere Sections gestalten. Dafür gucken wir, dass wir hier in unserer Side sind und in dem Moment machen wir hier, okay, alle Sections in unserer Side sollen eine Standardtür bekommen, eine Min-Height von 250 Pixeln, also 25 Rem und eine Weite von 100%. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben und hier auch noch einen Außenabstand nach unten vergeben, also 0, 0 und dann Margin 0 und dann speichern wir ab, sehen wir das Ganze schon mal größer geworden. So, dass wir hier auch wirklich was sehen, sagen wir jetzt wieder Background Color und damit wir auf gelb unseren Text noch sehen, sagen wir, okay, unser Text ist jetzt schwarz. Jetzt haben wir hier unsere drei Boxen gestaltet. Die sind jetzt aber noch komplett deckend und hier unten ist noch ein Abstand, der da nicht hin soll. Aber wir müssen erstmal unserer Side einen Innenabstand geben. In unserem Fall sagen wir hier auch wieder einfach Margin und haben jetzt einen Außenabstand, aber hier unten ist der doppelt. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir hier drin die Möglichkeit, einfach mit Doppelpunkt und dann Last Child mal Last minus Child hier den Margin von dem letzten Element einfach zu entfernen. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment sollte das hier unten eigentlich verschwinden. Allerdings nicht mit Doppelt, sondern nur einfach und in dem Moment verschwindet dieser Abstand hier unten und wir haben jetzt unsere Elemente gestaltet. Aber wir können uns das Ganze jetzt nochmal im Fullscreen angucken, damit ihr auch seht, dass alles so funktioniert, wie man es vorhat. So, wir sehen jetzt hier unseren fertigen Block mit unseren drei Sektionen. Wenn wir runter scrollen, ist da halt Platz und wenn wir das Ganze zusammenziehen, bricht das Ganze wunderbar um und wir haben auch eine responsive Ansicht von dieser Blockgeschichte. Das Ganze war jetzt nicht wirklich schwer und hilft auf jeden Fall, weil irgendwann kommt jeder in die Situation, genau so ein Layout mal umsetzen zu müssen. So, und los geht's mit einer kleinen Preview unseres Shops. Hier oben sehen wir wieder einen Header, der mitscrollt. Hier haben wir eine Sidebar, die ebenfalls mitscrollt und immer zu sehen ist. Und wenn wir ganz runtergescrollt sind, sehen wir einen Footer, der natürlich nicht immer zu sehen ist, sondern der erst am Ende kommt. Natürlich ist das Ganze auch komplett responsive, was heißt, wenn ich das Ganze zusammenbreche, haben wir irgendwann nur noch zwei Produkte. Und wenn ich das noch weiter zusammenbreche, haben wir zwei Produkte. Aber hier oben der Sidebar-Filter-Bereich rutscht quasi nach oben und wenn ich runterscrolle, verschwindet dieser auch. Und wenn ich jetzt noch weiter in den Mobile-Bereich vorstoße, dann sehen wir, wir haben nur noch ein Produkt. Die ganze Seite ist viel länger geworden, aber unser Footer ist, egal in welcher Auflösung ich bin, immer ganz unten zu sehen, sodass wir hier ein komplett dynamisches Verhalten haben. Und ihr seht auch hier, es ist egal, wie viele Elemente das sind, ob das gerade umbricht, ob das nur eins ist oder 20, macht keinen Unterschied in diesem Layout. Was heißt, ihr könnt komplett durch das Backend oder eure Logik dahinter bestimmen, wie viele Produkte zu sehen sind. Das Layout kommt eigentlich mit einer unendlichen Anzahl klar, solange es der Browser und die nötigen Performance-Kriterien zulassen. Aber wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So und los geht's mit dem HTML unseres letzten Layouts. Hier kopiere ich mir jetzt einfach faulerweise mal den Main-Block mit Header und Footer rein, weil sich da nichts verändert zu den letzten Tutorials. Allerdings haben wir jetzt hier oben ein Aside und hier sage ich einfach Sidebar, Slash und dann Filter, was auch immer hier drin ist. Könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Und hier habe ich eine Section und diese Section bekommt von uns eine Klasse und zwar die Klasse mit dem Namen Content. Die hatten wir vorhin schon, aber was hier drin ist, sieht ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir hier drin noch eine Section. Das sollte man immer machen, damit, falls man sowas hat wie eine Pagination oder irgendwie eine andere Ansicht, dass wir quasi das unabhängig von unseren Produkten editieren können. Und zwar nicht die Produkte direkt in einem Container haben. Das heißt, diese Section hier umfasst jetzt in unserem Fall die Products. Und hier drin haben wir natürlich jetzt ganz viele Articles. Und jeder Artikel bekommt von uns eine Klasse und zwar die Klasse Product. Hier haben wir natürlich jetzt Produkt drin stehen, dass wir auch irgendwas hier drin sehen. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach ein paar Mal. Ich bin jetzt faul und kopiere mir hier quasi einen ganzen Block rein, weil wir können natürlich ganz viele Produkte haben. Hier habe ich etwas falsch gemacht. Das muss natürlich hier oben rein. So und das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen CSS, um das Ganze deutlich besser anpassen zu können. Ihr seht, im Style Bereich habe ich hier schon einiges vorbereitet. Und zwar habe ich gerade eben einfach die Variablen, wie auch unsere Mixins und auch den Main Header und den Footer Bereich komplett übernommen. Also hier habe ich nichts verändert, weil das müssen wir ja nicht doppelt schreiben, wenn man es schon einmal gemacht hat. Wir können jetzt aber hingehen und überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt unsere Sidebar und unseren Header responsive, so dass sich das quasi dynamisch umbricht, wenn wir das Ganze irgendwo öffnen und schließen wollen. So wie ihr seht, habe ich hier schon faulerweise einiges reinkopiert. Einmal die Variablen von gerade, genauso wie unsere Mixins und den gesamten Main, Header und Footer Bereich. Der ist nämlich komplett identisch mit unseren letzten Tutorials bzw. letzten Parts. Und hier können wir quasi einfach aufsetzen. Und das Erste, was wir machen wollen, wir haben hier quasi eine Side und wie ihr seht, ist der hinter unserem Header. Also wir müssen auch wieder hier für unseren Main einen Bereich definieren. Aber dieser Bereich, dieser Offset, den wir deklarieren wollen, umfasst diesmal zwei verschiedene Ansichten und ist auch responsive. Also wir haben einen Small Bereich und der Small Bereich ist ja alles untereinander. Das heißt, eigentlich haben wir nur unsere Header-Height als Differenz. Die können wir gestalten. In dem Moment bricht das auch wunderbar um, weil wir sind hier quasi in unserem Small Bereich und damit können wir arbeiten. Der Mit-Bereich sieht eigentlich genauso aus. Also wenn ich den hier einmal kopiere und hier sage, wir haben jetzt hier Mit, das sieht eigentlich identisch aus. Aber wir haben hier noch zwei weitere quasi Mixins und da kopiere ich mir das jetzt zweimal leer. Einmal Normal und einmal natürlich Large. Und hier haben wir natürlich auch ein Padding drin. Dieser Padding baut auf dem Padding auch auf. Allerdings haben wir hier auch noch einen Abstand von links bzw. von hier geht das rein, weil da soll ja unsere Sidebar sein, wenn wir in einem größeren Umfeld sind. Deswegen sage ich jetzt hier Dollar und dann haben wir hier unten unsere Sidebar Width und die müssen wir auch als Offset davon abziehen, sodass wir quasi die fixiert auch positionieren können, wie auch unseren Header. Allerdings halt nur im Bereich, wenn das Ganze ein großer Monitor ist. Im Mobile-Bereich wollen wir das nicht, dann soll das oben schön dranhängen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist natürlich deswegen auch unsere Aside erstmal zu gestalten. Hierzu sagen wir einfach Aside und als erstes sage ich hier Background Color Yellow. Das hat jetzt nichts mit dem Layout zu tun, sondern einfach, dass wir was sehen, genauso wie die Schriftfarbe schwarz, dass man überhaupt irgendwas bemerkt. In dem Moment sehen wir, unser Filter Sidebar ist hier oben und wenn ich scrolle, können wir jetzt natürlich noch nicht, würde das einfach verschwinden und das soll es ja auch. Allerdings soll es das nur im Mobile-Bereich. In dem Moment sage ich also, okay, hier drin kopieren wir jetzt uns wieder unsere Media-Querries, kopieren das hier unten rein und sagen jetzt, okay, in unserem Mobile-Bereich wollen wir, dass das Ganze 100% weiter bekommt und soll eine Mindesthöhe bekommen, dass wir irgendwas da reinstecken können von 15 Rem. Das Ganze sieht jetzt nicht nur hier so aus, sondern auch in unserem Mid-Bereich können wir auch so abspeichern, funktioniert wunderbar. Allerdings in Normal und auch in Large wollen wir das nicht. Deswegen löschen wir das jetzt hier erstmal raus und sagen, okay, in unserem Normal-Bereich würden wir gerne, dass das Ganze eine Weite bekommt. Und zwar haben wir hier unsere Weite definiert, nämlich unsere Sidebar-Wid. Außerdem wollen wir eine 100% Höhe und wir sagen hier Position Fixed, weil wir wollen, dass das Ganze mitscrollt, also dass der Nutzer immer ein Filter auswählen kann, egal wo er in der Produktseite ist. Deswegen sagen wir Top 0, aber nicht wirklich, sondern wir sagen Header-Height, weil wir wollen ja auch den Offset von unserer Sidebar zu unserer oberen Browser-Kante und da ist unser Header, der ja auch mitscrollt im Weg. Deswegen müssen wir Top auch dynamisch positionieren. Außerdem wollen wir das links, wenn ihr das rechts haben wollt, müsst ihr das natürlich nicht left, sondern right benutzen. Und wir wollen, dass das komplett über die gesamte Seite geht, deswegen sagen wir Botte. Das Ganze speichere ich jetzt ab, kopiere mir das Ganze einfach nur einmal und füge das hier oben auch noch einmal ein, sodass quasi diese beiden Ansichten identisch sind. Wenn ihr das noch ein bisschen weiter unterteilen wollt, zum Beispiel, dass ihr das in Large noch ein bisschen breiter macht oder so etwas, könnt ihr das hier damit wunderbar tun. Nun, in dem Moment sieht man noch nicht, dass sich etwas verändert. Dafür müssen wir das Ganze wieder im Fullscreen öffnen und das mache ich jetzt auch mal. So, in dem Moment habe ich das Ganze im Fullscreen geöffnet und wenn ich jetzt hier unseren Bereich kleiner ziehe, springt irgendwann unsere Sidebar weg. Wenn ich nach oben scrolle, wir haben jetzt noch nicht den möglichen Platz, um zu scrollen, aber wenn ich scrollen würde, würde unser Filter jetzt immer gleich bleiben. Aber wir haben ein Problem und zwar der Footer-Bereich. Der ist jetzt auch schon quasi, wie ihr seht, zentriert mit unseren Produkten und nicht mit unserem Header-Bereich. Aber wie ist das Ganze passiert? Und das ist quasi das, was wir gerade über das Padding-Offset gelöst haben. Dadurch, dass wir nicht nur von oben den Padding auf unseren Main-Container gelegt haben, sondern auch von links, haben wir quasi die Differenz abgezogen. Und in dem Moment, wenn wir im mobilen Bereich sind, zentriert sich das Ganze wieder komplett, weil wir dieses Padding ja auch dynamisch entfernen. Und dafür ist das sehr wichtig, diesen Offset zu positionieren, damit auch so etwas wie der Footer oder so zentriert zum eigentlichen Punkt ist, wie hier der Inhalt und nicht zur eigentlichen Seite, weil sonst hätten wir hier so einen Riesenbereich, der quasi nicht genutzt werden könnte. Aber wir wollen jetzt natürlich noch weitergehen. Und zwar haben wir hier drin unsere Content-Box. Das haben wir über eine Klasse gestaltet, also über Content. Und hier sagen wir Weite 100% und Display Flex und außerdem Flex Direction Column. Wir wollen also, dass unser Inhalt zentriert, also quasi eine Spalte ist und wollen, dass das oben beginnt. Also Justify Content und dann Flex Start und Align Items wollen wir ebenfalls mit Flex Start positionieren und hier eine Mindesthöhe vergeben, Min Height von 100 View Height. In dem Moment haben unsere Produkte oder unsere Produktspalt jetzt eine gewisse Höhe. Wie gesagt, könnt ihr drin lassen, könnt ihr auch rausnehmen. Ist ein bisschen persönliche Präferenz. Außerdem haben wir hier drin ja unsere Produkte, also Products. Und hier drin haben wir ja jetzt auch erstmal einen Abstand. In diesem Fall sage ich jetzt einfach mal, okay, wir haben hier einfach unser Margin als Abstand. Jetzt haben wir so einen kleinen Offset zu allen Seiten innerhalb unserer Produkte. Das nächste, was wir machen, ist, unsere Produkte bekommen 100% weiter und wir haben hier Display und nutzen hier jetzt Grid. In dem Moment, wenn wir Grid nutzen und ich quasi jetzt hier drin die Childs definiere, definieren sich unsere Produkte nicht selbst die Positionierung, sondern das Parent Element, in unserem Fall Products, definiert die Positionierung der Childs. Und das Ganze müssen wir auch komplett dynamisch regeln, aber zwischen unseren Produkten soll erstmal ein bisschen Abstand sein und wir sollten erstmal unsere Produkte gestalten, dass wir auch was sehen können. Das heißt, hier sage ich jetzt einfach Products, also Product und sage hier Background Color, in unserem Fall einfach Green und sage hier Display Flex. Das ist jetzt nicht sonderlich wichtig für das eigentliche Tutorial, aber so könnt ihr in einem Produkt wieder mit Flex weiter positionieren. Und wir sagen hier Min Width, in unserem Fall Min Height, nicht Width, Min Height. Und sagen hier einfach 25 Rem. Könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr wollt, aber wir sehen, irgendwie ist hier nicht wirklich Platz zwischen unseren Produkten. Und das können wir auch über das Parent Element regeln, nämlich über die sogenannte Grid Gap und sagen hier Margin. Das Ganze speichern wir ab und haben jetzt hier wunderbar Abstand geschaffen. Und ihr seht, das ist überall, egal wie viele Produkte das sind, der Margin sieht überall gleich aus. Das Ganze, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich die Positionierung, wenn wir das jetzt so haben, würde das Ganze nicht richtig aussehen. Wir müssen nämlich festlegen, wie sich das Ganze responsive verhält. Hierfür kopieren wir uns auch wieder unsere vier Media Queries. Die füge ich jetzt einfach hier in Products ein und lösche erstmal den Inhalt hier raus, weil den brauchen wir nicht, sondern wir brauchen erstmal nur unsere leeren Media Queries. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und jetzt wollen wir sagen, bei Small nehmen wir jetzt Grid, Minus und dann Template, Columns. Und hier sage ich jetzt Auto, weil wir wollen nur eine einzige Spalte in unserem quasi Small Layout haben. In unserem Mid-Layout wollen wir allerdings zwei Spalten haben. In unserem Normal Layout, na, lassen wir es mal bei zwei Spalten. Und im Large Layout sagen wir aber, okay, hier können wir uns auch drei Spalten gönnen und speichern das Ganze ab. Das gucken wir uns jetzt mal im Fullscreen-Mode an, weil jetzt sollte sich unsere Seite schon ziemlich so verhalten, wie wir es eigentlich zu Anfang gesehen haben. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier unsere Produkte, unsere Sidebar. Wenn ich jetzt hier scrolle, seht ihr auch, unsere Sidebar bleibt immer flexiert da. Also wir können das wunderbar benutzen. Und wenn ich das jetzt kleiner ziehe, haben wir irgendwann nur noch zwei Produkte und haben irgendwann nur noch zwei Produkte nebeneinander, aber die Sidebar ist hier oben. Und wenn wir das noch kleiner ziehen, dann haben wir irgendwann nur noch ein Produkt untereinander und das bleibt dann auch so. Ihr könnt das natürlich frei verändern, wenn ihr zum Beispiel sehr große Produkte habt, dann könnt ihr auch direkt hier schon nur zwei anzeigen. Oder wenn ihr sehr kleine Produkte habt, dann könnt ihr vielleicht auch hier fünf anzeigen, wenn ihr wollt. Das ist komplett euch überlassen. Und ihr könnt natürlich auch beliebige Brainpoints für eure Media Queries vergeben. Aber das war quasi, wie man einen Shop-Layout baut. Und ja, das war es für diese Woche. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, findet ihr dort jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.